Sie fragen, wer wir sind. Sie fragen, was wir sind. Aber kann man uns mit einem Wort definieren? Wir haben lange gebraucht, um zu werden, wie wir heute sind. Wir sind frei und lassen uns keinen Weg vorgeben. Wir sind groß, wachsen über uns hinaus. Wir sind mit uns im Einklang, die Ruhe selbst. Wir sind stark, wir sind flexibel, wir sind ausgeglichen, wir sind ehrgeizig, wir sind individuell, wir sind rasant, wir sind selbstsicher, wir sind stürmisch, wir sind schnell, wir sind laut, wir sind limitless. Lass dich nicht definieren, sondern definiere dich selbst. Smilodogs. Everybody's free.